Philipp Gerold, am 26. April 2011 gab es den tragischen Wahlprang. Wie habt ihr den Tag in Erinnerung? Das sind so Tage, wo man sich im Nachhinein immer noch gut daran erinnern kann, was man gemacht hat. Ich weiss noch, ich bin beim Zugfahrt von Seiten. Ich habe damals mal zur Seite gearbeitet, im Ruf Richtung Oberwallis. Ich hatte eine Gesprächsparterevision von mir. Ich war gesprächsvertieft, schaute per Zufel aus dem Fenster aus dem Zug. Ich sah plötzlich riesige Rauchwolken. Ich habe plötzlich ganz vergessen, dass ich vorher mit einem zu Fischbehaus gestiegen war. Und nachher war ich dann sofort sehr nahe am Ereignis dran. Wie habt ihr das damals erlebt? Was waren die Aufgaben? Ja, ich bin eigentlich seitdem, dass ich im 03. Jahrzehntestell zum Kanton gegangen bin, eigentlich sehr schnell mit der Thematik Waldbrand in Prierico. Und zwar zehn Tage nachdem, dass ich angefangen habe, hat es das Leichebrunnen im Auge schon 2003. Und von daher war eigentlich die Thematik Waldbrand, vor allem Waldbrandprävention, immer ein bisschen meine Begleiter gewesen. Der Wald und Einholzer ist ja nicht einfach ein Wald zu verschönern, denn eine bestimmte Funktion ist ein Schutzwald. Da musste man dann noch den Brand und Massnahmen treffen. Ja, das ist richtig, was ihr sagt. Das ist der sehr wichtige Schutzwald, der Einholzer Wald, wenn man das so will sagen. Der schützt Strassen und Siedlungen vor verschiedenen Naturgefahren. Das sind Naturgefahren wie Lawinen, Östeinschlag und Erosion. Und es war klar, sobald das nachher eine so grosse Schutzwaldfläche abbrennt, stellen wir sich die Frage, wie weiter, oder? Und da musste man zuerst einmal schauen, was wir dort genau gefahren haben. Was kann sich der Wald noch in diesem Moment bringen? Wie lange dauert es, bis der Wald seine Funktion wieder rübernehmen kann? Und dementsprechend wurden dann auch gewisse Massnahmen ausgeführt. Wie bewahrten sich die Massnahmen? Ja, die Massnahmen haben sich eigentlich nicht schlecht bewahrt. Man müsste vielleicht unterscheiden zwischen Massnahmen, die eher waldbaulicher Natur sind. Also man hat versucht, stützpunktartig sicher auch gewisse Pflanzungen zu machen. Wobei man auf einer grossen Fläche eigentlich den Natur lässt und mit der Naturverjüngung arbeiten lässt. Man hat dann sofort nach einem eigenen Steinschlagschutznetz aufgestellt, für die Industriezonen vor allem zu schützen. In gewissen Gräben ein Mauergangnetz. Und nicht zuletzt natürlich auch die grossen Mauergang-Auffangbecken, die jetzt Anfang dieses Jahres Einholz vor grossen Schäden bewahrten. Jetzt so werden auch Präventationen getroffen. Dass solche Sachen weniger schnell oder sogar nicht mehr passiert? Ja, von Seiten der Waldbrandprävention verfolgen wir eigentlich grossen Motto zwei Schäden. Wir werden ja einmal pro Woche die Bevölkerung und die Leute, die sich dafür interessieren, informieren, wie es mit der aktuellen Waldbrandgefahr steht. Das heisst, man sieht, wie gefährlich das im Moment ist, ob ein Feier ausbrechen kann oder nicht. Die Bevölkerung, das kann man hier auch mal sagen, tut sich eigentlich sehr gut daran halten und haben sich auch daran gewendet an die Informationspolitik. Dann gibt es noch eine zweite Schäden, damit wir eher die längerfristigen Risiken anschauen. Damit wir zusammen mit den Gemeinden, mit den Waldigen, arbeiten wir sogenannte regionale Waldbrandvorsorgekonzepte, wo wir schauen, wo haben wir vielleicht Lücken betreffend Wasserbezug, wo wir vielleicht ein Löschbeck erstellen müssten, wie wir die Einsatzpläne erstellen, damit die Feier werden, wenn es dann wirklich mal so weit sei, das Informationsmaterial in Temper kommen und sofort sehen, wie sich die Situation präsentieren und auch dementsprechend schneller handeln können.